Hier sind also die Einbaumöbel für immer. Das war ein Kokosnussbaum, ihr habt ja gesehen. Wir haben den gefällt, jetzt Beton rein in den leeren Zementsack, einfach rein, runtergelegt, Baum drauf, Höhe bestimmt, also so, dass man angenehm sitzen kann und hart werden lassen. Das ist im Grunde genommen so macht man das. So könnt ihr das auch zu Hause machen. Besonders interessant, wenn ihr Kinderspielplätze baut. Mit solchen Baumstämmen zum Beispiel zum Glüberlaufen für die Ballons und so. Dann ist dann immer ganz wichtig, dass die 100% stabil sind. Ja, und dann ist so die Mehrleistung. Nicht 100% gerade ist, dann wäre ich am Antrag, aber stabil, bakterfrei und so, dass sich da keiner verletzen kann. Ja, so eine Ballon, die kann niemals umkippen. So könnt ihr auch eine Terrasse oder ein Patio bauen. Mit derselben Methode, Zement Section, ja. Und dann die Balkenlage drunter und dann aus Topfen nivellieren. So haben wir früher im Dachdeckerbereich ganze Dachterrassen verlegt auf Mörtelbeutel. Ja, Terrassenplatten, 40x40x4 hier. Die 80kg. In jede Ecke eine Zementbeutelplatte rein und dann immer so weiter. Das sind alles so Systeme, die kann man nachher wieder aufnehmen. Diese Bank hier kann man ja nachher wegnehmen. Aber klauen tut sie keiner und wackeln tut sie auch nicht. So, das ist einfach mal so ein Alltagstipp, ne. Einfach mal einen Baumstamm auf zwei Säcke frischem Zement draufgelegt. Der wird ja nachher hart. Dann kannst du das Papier abflammen und dann hast du diesen schönen Stein darunter. Alles Stein. Okay? Oh, danke. Hanns caring! Au Säcke mlord! внут threwмотр! W건� ouv片 ohne Kil duel I love you, Anjelika Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020